Was ist denn mit Eichhörn? Gehen die schon wieder alle zum Unterland? Was weiß ich jetzt? Kommt da hin wieder bei uns. Was macht ihr denn hier? Euch kenne ich doch auch irgendwo her. Ja, der kommt jedes Jahr. Was macht ihr denn immer noch lebend hier? Der sieht noch viel zu normal aus. Obwohl... Dich habe ich schon mal am Auge erwischt. Richtig gut. Oh ja. Die war auch etwas länger. Ich meine, das dauert bei dir auch ein bisschen länger generell. Ich meine, zaubern kann ich nie. Da vorne hast du noch einen. Da vorne hast du noch einen Patienten. Siehst du, der ist ein ganz großer Patient. Du musst ihn mal bearbeiten. Ja, aber mal ganz ehrlich. Wie gesagt, zaubern kann ich nicht. Bei dem kann ich nichts mehr retten. Als Verdi. Wie? Ja. Ja. Wie will ich euch schon sehen, ne? Was macht das? Ey, schön potz, ne? Ja. Wir haben doch mehr dabei. Guck mal, das war ein Rast zusammen gewohnt. Extra schön. Kann man richtig schön abschneiden. Ist gar kein Problem. Ja gut, eine Frisur ist das noch nicht. Das müssen wir ein bisschen ändern. Mary! Ist das deiner? Was hast du denn mit meiner Kasse gemacht? Ja, ich rufe! Das seht doch, da komm! Das mief mir zu sehr, das nehm ich doch nicht. Ja, ich mief der viel zu sehr, ich weiß. Das mief genauso wie deine Zähne auf drei Kilometern Entfernung. Eine Zähne? Ekelhaft! Eine Zähne sind im Gegensatz zu viel und das... Komisch an sich nach so. Nein, lächeln Sie durch hier. Ich weiß, ich bin immer traurig. Und ich habe eigentlich gar kein Lächeln. Ja, ich bin... Nein! Nein! Ich habe einmal eh ein Rotzgemüse essen und dein Fleisch will auch keine Sau! Selber, du Sau! Soll er auch keine Sau essen? Soll es doch wieder von mir! Soll es doch wieder von mir! Sie sind von mir zu gestern! Nein! Nein! Du rottet nichts! Außer du! Es tut nichts! Hier! Mach mal was Richtiges! Was Richtiges! Dafür muss ich was finden! Wenn mir was Richtiges! Ich habe meine Hände dabei! Hast du das Gemüse? Gerne! Gerne! Das ist das Beste aus der ganzen Stadt! Probier doch mal! Mhhh! Schönen Appang! Mhhh! Lecker! Mhhh! Lecker! Ja! 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 Was machst du denn schon wieder für den Lied? Was? Nein! 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 Hallo! Alles gut! Ja! 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 Ich hab den Hände aufhären! Ja! Hat sich erledigt. Hirntod ist bereits eingetreten. Da erwarte ich nicht auf das Vermorten. Achtung! Entschuldigung!